Ja, und das Wort heißt Und da hat sich jemanden, Lain Mesa. Dankeschön. Willa, 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 willa. Vielen Dank an die Stadt Monheim, weil wir in diesem Jahr das jüngste, übrigens ein paar aller Zeiten, das die beiden heute morgen schulfrei bekommen haben. Das macht uns unbindlich glücklich. Vielen Dank für uns, Alex der Erste! Bravo! An seiner Seite, charmant und hützliche, wenn wir in Brunheim eine Monarchie hätten, wählen Sie, perfekte Königin, unsere Prinzessin, Prinzessin Sobby. Die Brüder halt spüren die zwei, die sind sauber, und gemäß auch ein Ding mit mir jetzt, die es sieht. Wir sind fast, wir feiern mit euch, ist auch klar, und vor uns liegt die Sektion. Oh, 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 oh Das ist ein Träger, nur die Träger, nur die Träger, nur die Träger, ja, 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 das ist der Wunderschön. Nur wenn es auf uns auf der Stelle ist, kann ich verlecker bin. Sonnenpenselise, auf dem grünen Wiese, es war der Schöpauten nur, weil im Wüste ist der Wunderschön, mit ihr Schmarrn, es ist der Wunderschön, das ist der Wunderschön, das ist der Wunderschön, das ist der Wunderschön, das ist der Wunderschön. Sonnenpenselise, auf dem grünen Wiese, es war der Schöpauten nur, weil im Wunderschön, das ist der Wunderschön. Sonnenpenselise, auf dem grünen Wiese, es war der Schöpauten nur, weil im Wunderschön, das ist der Wunderschön, das ist der Wunderschön. Sonnenpenselise, auf dem grünen Wunderschön. Ich phone-vitisch und achte, wie wir heute sitzen. Das ist der Wunderschön. Gelau an Adam Bohnenweiss. Liebe Gäste, begrüßen Sie euch das Leverkusen-Warner mit der Leverkusen-Warner-Bönschen-Gefäge. Leverkusen-Warner mit der Leverkusen-Warner-Bönschen-Gefäge. Leverkusen-Warner mit der Leverkusen-Warner-Bönschen-Gefäge. Leverkusen-Warner mit der Leverkusen-Warner-Bönschen-Gefäge. Leverkusen-Warner-Bönschen-Gefäge. Leverkusen-Buildschen-Gefäge. Leverkusen-Warner-Bönschen-Gefäge. Leverkusen-Warner-Bönschen-Gefäge. Da kommt, kann man hinterher sehen, welches Jahr wir haben. Dann ist der Datum für seine Schöpflegung von Lützelkirchen mein Eimer drum. Da ist da unten egal, wie Lützelkirchen überlegen. Hier, Kürzelkirchen bei der Aufladen und der Gesellschaft. Die Zitron, hier unten, steht für uns als Unbegriff. Spitzender der Kürzelkirchen bei der Aufladen. Der Knöpfchen bei der Aufladen soll nicht sein. Die Flamme geht zum Rechtsfrüsen. Durch die Ecke oben steht für mich als Tolle. Wenn man mit der 2. und 4. und dann noch ganz schön sagt. So. Wie darf ich das machen? Ich habe hier eine gute Tasche an. Das Gericht man nicht, Herr sich. Das Gericht man nicht. Das Gericht von Lützelkirchen. Der ist da eine Zeit wie vorhin. Wurzelkirchen bei der Leone ist ja ndr. Bozul, Guه, Elic. Erd. und der Anstal. Also ich hoffe, das ist ja in beiden Sinnen der Anstal. Ja, wie gesagt. Vielen herzlichen Dank für den Aztur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wer von mir als Vorstandsmitglied der großen Monomar Karnevalsgesellschaft jetzt zu Herzen gehende Brauchtumstöne erwartet, der kann gleich wieder gehen. Karneval ist Business. Auch hier in Monom am Rhein ein knallhartes Business. Wer wüsste das besser als wir von der Romokar? Im Karneval gibt es Geld zu verteilen. Da dürfen wir von der großen Monomar Karnevalsgesellschaft als Global Player des rheinischen Fastenorwins nicht mehr am Spielfeld anstehen. Wir von der Romokar müssen ja eindeutig unser Produktportfolio erweitern. Wir müssen neue Märkte erschließen, bevor aggressive chinesische Investoren und Private Equity Heuschrecken den gesamten Karnevalskuchen unter sich aufteilen. Wenn sich junge Menschen für den Karneval begeistern, die Romokar als gewinnorientierter Karnevalskonzern ist hier nicht an Herzensbildung, sondern an Gewinnmaximierung interessiert. Aus diesem Grund hat sich der Marketing- und Finanzvorstand der großen Monomar Karnevalsgesellschaft beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos zur Strategieklausur zurückgezogen. Wir haben Perspektiven zur zukünftigen Finanz- und Gewinnplanung entwickelt, an deren Ende eine Bahn brechende Erkenntnis stand. Die richtig dicke Kohle im Fastenorwins kassieren die Bands. Hier muss das Targeting einsetzen, um den anderen Sitzungsveranstaltern und den Gekkenkonsumenten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die große Monomar Karnevalsgesellschaft braucht eine eigene Karnevalswelt. Die große Monomar Karnevalsgesellschaft präsentiert die Kölsche Boyband! Die große Monomar Karnevalsgesellschaft! Auf den 50 Kriptos! Vielen Dank. 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 Also, ich glaube, am großen Montag treten Sie vielleicht nochmal vom Rathaus auf mit Babe, einem Jekke-Gang. Bis dahin verabschieden wir die Jungs von Take-Yek mit einem Donner in drei Fahrten. Come on, come on, come on. Und, come on, come on, come on, come on, und, come on, come on, und, come on, 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 come on. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020